Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 23. August 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1235. Heute mit den folgenden Themen VPN, Like, Google-Sperre, Samsung und Self-Service. Ich starte gleich mit dem Thema VPN. Dieses geistert seit knapp einer Woche durch die ganzen News-Seiten, Foren etc. Es geht darum, dass anscheinend das Apple VPN-Protokoll korrubiert oder mit Fehler versehen sein soll und somit dann eben auch die Möglichkeit nicht gegeben ist, ein sicheres VPN aufzubauen. Hier muss man ein bisschen aufpassen, dass hier von zwei Paar Schuhen gesprochen wird. Es geht nämlich bei dem Herrn Horowitz, der das Ganze angeprangert hat und meinte, Apple müsse das selber machen und er habe da genügend Beweise geliefert. Er spricht da immer wieder von VPN, genauer gesagt von ProtonVPN. Dabei geht es aber nicht um wirkliche VPN-Programme, sondern eigentlich nur um Apps, die zum Zugriff auf Anonymisierungsdienste freischalten. Im Grunde liegend eine Art VPN, aber eben nicht ganz so tief integriert wie bei einem richtigen VPN, wo man dann sich ein Profil runterladet. Wie wenn ich zum Beispiel mit meiner Fritzbox ein VPN mache und das dann auf meinem iPhone oder Android-Smartphone installiere, sogenanntes MDM-Profil dafür, also als Paket installiere und dann dauerhaft meinen ganzen Internetverkehr über eben meine Fritzbox umrute. Oder eben wie es zum Beispiel andere Dienste, die dann eben richtige VPNs sind, tun. Und da geht relativ viel verwechselt in letzter Zeit. Das muss man sehen. Der Begriff, also es ist nicht, soweit ich das verstehe, immer ganz wichtig zu sagen, Halbwissen geht es hier nicht um die reine VPN-Funktion, sondern eben um eine Möglichkeit oder eine Schnittstelle für Apps, die Zugriffe auf Anonymisierungsdienste, so halb VPNs in dem Sinn, gewährleisten. Aber das wird sich zeigen, was da genau richtig ist. Ich gehe mal stark davon aus, dass in einem der nächsten Updates dann das Ganze auch rausfliegen wird, wenn da was drin gewesen sein sollte. Weiter geht es mit dem Landesgericht Meiningen. Genau, Meiningen. Das deutsche Landesgericht in Meiningen hat beschlossen, dass ein Gefällt mir auf einem Statusmeldung, auf einem Post in Social Media schon eine strafbare Handlung ist. Nicht im Sinne von, ich mache jetzt so einen Daumen hoch und dann werde ich gestraft, weil das Ganze böse ist. Nein, es hat zusammen zu tun mit einem zweifachen Polizeimord im Landkreis Kusel, wo Anfang des Jahres eben zwei Polizisten ums Leben gekommen sind. Der Jäger und Wilderer, der eben da in der Fahrzeugkontrolle angehalten wurde und dann die beiden Polizisten tödlich verletzt hat, der hat zu einigem Unmut geführt. Und da gab es eben auch von anderen Posts, dass man, ich will es gar nicht, wer es mag, darf das gerne lesen. Ich will es gar nicht in den Mund nehmen. Da hat jemand einen Post gemacht, ein anderer hat einen Daumen hoch gegeben und das Gericht hat dann eben entschieden, dass schon das Daumen nach oben auf eben genau diesen Post eine strafbare Handlung ist. Ob und wie man gegen diesen Daumen hoch Typen vorgehen wird, das weiss man noch nicht. Was man weiss, ist, dass auf den schon geachtet wird und da schon gewisses eingeleitet wurde. Aber was schlussendlich passieren wird, das muss sich noch zeigen. Das wird dann sicherlich auch ein Präzedenzfall in dem Bereich. Wir haben es schon immer wieder hier in der Daily, aber auch im Geek Talk News Format davon gehabt, vor allem ich und der Mike, über Microsoft-Konten, die geschlossen wurden, wegen Bilder von Kindern, die eben Bilder drauf sind, wo die Kinder nicht ganz mehr so viel anhaben. Eltern haben manchmal Bilder von Kindern im Bikini etc. Und dass dann da Microsoft KI zuschlägt und sagt Kinderpornografie und dann die Konten sperrt. Mit gross angelegten Folgen. Das Gleiche passiert jetzt immer wieder auch bei Google. Jetzt gerade wieder. Die New York Times hat berichtet von einem Mann, der vom Arzt aufgefordert wurde, eine Schwellung des Kindes zu fotografieren und zur Visualisierung noch seine Hand daneben halten soll, damit man sieht, wie gross oder wie intensiv das die ist. Er hat mit seinem Android-Smartphone das Ganze fotografiert. Das Bild landete natürlich in Google Fotos und dann hat es zugeschlagen. Zwei Tage später wurde das Google-Konto gesperrt und der junge Herr durfte nicht mehr auf seine Google-Dienste zurückgreifen. Das Telefon wurde unnütz und somit konnte er auch auf seine ganzen Daten nicht mehr zugreifen. Bis jetzt hat er damit keinen Erfolg gehabt, das vorzugehen. Ich hoffe mal ganz stark, dass er seine Daten wieder bekommt und oder natürlich, dass er auch externe Backups angelegt hat von seinen wichtigsten Daten. Das ist wie immer zu hoffen und somit auch ein Aufruf wieder mal an euch, liebe Hörenden. Macht mir Backups. Macht mir Backups. Bitte macht mir Backups. So, weiter geht's mit Samsung. Die basteln auch gerade an einem kleinen Backup. Was heisst klein? Die bauen einen 100.000 Quadratmeter grosse Campus, der über 15 Milliarden Dollar kostet. Da wird nichts gefertigt, da wird geforscht und zwar an neuen Möglichkeiten, neuen Chips, neuen Lösungen etc. Fertigstellung soll im Jahre 2028 sein. Das Spezielle daran ist, dass das erste Mal wieder der neue und oder besser gesagt alte Chef von Samsung, der die offizielle Begnadigung vom südkoreanischen Präsidenten erhalten hat, da den Spatenstich gemacht hat, dass das Ganze losgegangen ist. Ich bin mal gespannt, was sich hier Samsung aufbaut. Sie müssen natürlich gegen TSMC, der taiwanesische Konkurrenz, der unter anderem vor allem Apple aktuell sehr stark befeuert und auch andere Hersteller da eine neue Plattform bieten und eben ihren Stand als den grössten Halbleiterhersteller weiter verteidigen. Zu guter Letzt gibt es noch tolle Neuigkeiten für alle, die gerne Self-Service, also selber an ihren Geräten rumschrauben, Akku tauschen etc. Zu Jahresbeginn hat Apple ja schon begonnen mit iPhones und, waren es auch iPads? Ich glaube vor allem iPhones, die man selber reparieren konnte. Es gab Anleitungen, es gab die Möglichkeit, Werkzeug zu kaufen, Zubehörmaterial zu kaufen. Das Ganze noch ein bisschen eingeschränkt, aber es soll ausgebaut werden. Ausgebaut nicht nur eben vom Umfang, was repariert werden kann, sondern auch von da, wo es verfügbar ist. Gestartet, wie immer in den Staaten, kommt es noch in diesem Jahr auch nach Europa zu uns. Hoffentlich auch in die Schweiz. Ich bin mal gespannt, obwohl ich meine Geräte meistens lieber gerne Profi in die Hand gebe, als selber daran rumzuschrauben, obwohl ich gerne rumschraube. Aber ja, eben, Daily Business Driver, die sollten von einem Profi gewartet werden. Jetzt aber neu. MacBook Air und MacBook Pros können auch gepflegt werden. Vom Display über, was geht da alles, Batterie und Top Case, das Trackpad, all das Mögliche, kann getauscht werden. Dazu gibt es Anleitungen. Und man kann, wenn man nicht unbedingt kaufen möchte, das Werkzeug auch leihen für eine Woche bei Apple und bezahlt dann einfach einen Umkostenbeitrag. Finde ich spannend, finde ich toll. Da geht Apple eben den ganzen Weg ein bisschen entgegen in Richtung Self-Service-Reparatur-Geschichten. Das war unter anderem auch nötig, aber unter anderem möchte der Kunde natürlich auch ein dünnes und sleekes Gerät. Und dann ist es natürlich immer schwierig, das Ganze auch selbst zu reparieren. Schön aber, dass es dennoch geht. Ich gehe mal stark davon aus, dass da ein paar andere Hersteller irgendwann in der nächsten Zeit auch noch drauf aufspringen werden. Das war's mit den heutigen Neuigkeiten. Mehr habe ich nicht für euch. Die Stimme will auch nicht mehr mehr. Somit würde ich sagen, wir hören uns wieder. Euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.